Ja, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen hier im Namen der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für Wirtschaft, Bildung und Kultur. Es ist für uns eine ganz große Ehre, dass wir heute diese Prämie machen, diese offizielle Ausstellung der Öffentlichkeit und umso freundlicher ist es, dass wir hier so viele interessante Persönlichkeiten machen, aus der ganzen Welt kann ich fast sagen. 8000 Kilometer aus dem Landzug aus München, wir haben Repräsentanten. Also es ist eigentlich genau das, wofür wir jetzt die letzten Wochen gearbeitet haben, nämlich Menschen zusammen zu trainieren und die Zeit zu haben und hier Kunstverbindungen. Ich freue mich, dass Sie sich persönlich überzeugt werden, so eine bunte Vielfalt erleben. Ich bin aus verschiedenen zwei Eschau gemessen. Ich bin aus dem Landzug, und wir werden uns abbe yükselt. Ich bin aus dem Landzug Schleuch und ich war von Stuttgart. Wann, ich bin aus dem Landzug. Ich bin aus dem Landzug auf Brust divided in Sektor. Und wir gehen jetzt wieder. Wir haben heute noch eine Einrichtung. Wir haben heute noch eine Einrichtung. Wir haben noch eine Einrichtung. Wir haben eine Einrichtung. Warum? Weil wir hier sind. Wir haben noch eine Einrichtung. Wir haben noch eine Einrichtung. Wir sind einrichtung. Wir haben auch ein paar vierzig Wochen. Das war's. 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 Das war's.